Don't forget to subscribe! On! Yes? Four steps. Yes! Eye wall! Hiya? Was mach ich jetzt? ... ... ... ... Diese Weiterentwicklung ist nicht schlecht. Aber mir führt dazu... ... 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 Das war's für heute. Kommandermann, ich meine so. Kommandermann, ich meine so. Kommandermann, ich meine so. Das ist die Mörser. Bitte was? Ja? 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 Du bist doch auch so selten nehmlich, Mann! Bescheuert kann man echt nur sein! Jetzt reicht euch alle zusammen! Ich hasse es auch, wenn die gefallen sind, dass sie nicht automatisch gleich weg sind! Manchmal, wenn dieser Angriffszeichen da ist, ist er in dem Moment manchmal nicht da! Weil die noch mit ausgewählt sind! Die Sache ist echt zum Kotzen! Und wieso steht die hier so blöde herum? Macht lieber was! Ernsthaft, wer kam auf so eine beschissene Idee? So, Gold ist leer! Ich meine so! Oh, wait! Unahoten! Ich bin ja! Ja, ja! Kommandament, ich war! Ja? Fürst der! Ja? Ah, jetzt weiß ich, warum die da waren. Wegen... Dings. Arschloch. Ist aber zum Glück nur einer draufgegangen. Ach, ich bin jetzt schon wieder über der Zeit wahren. Ja, genau. Genau eine halbe Stunde. Super. Ich bin ja nur ein bisschen unter Zeitdruck. Aber das passiert auch, wenn man so sehr am Spiel... drin ist. Ja. Ich bin richtig. Wieso funktioniert manchmal das Auswählen nicht richtig? Ich bin jetzt. Was ist dein Recht? Es funktioniert manchmal nicht. Wenn ich irgendwas markieren möchte, dann macht er irgendwelche Faxen. Komm mal, recht. Auf meine Wall. Sie ist jetzt schon wieder. Leute, angreifen. Wartet ihr eine schriftliche Einladung? Ich kann die da auf morgen machen. Ah! Ja, ich bin ein please. longer ist das Schradります. Ah! Ah, wir sind los. Ich bin los. Ja, ja, nein. Ah! Geht. Auf die Eintracht. Oh! Das Spiel kann mich langsam echt mal kreuzweisen. Ja, das ist definitiv nicht normal. Leute, angreifen. Jetzt weiß ich, warum auch das Spiel so schlecht bewertet wurde. Wahrscheinlich durch diesen Kack. Mann! Habt ihr irgendwelche Erbsen gefressen oder was? Pfeil? Richt. Vorstell. Ja nicht. Haha. ... Schnauerts Red Rat, what is your gun? I'll do it. Ready, I will. Commandment, I mean so. Jetzt tötet den Affen hier! Ready, right. Ah, come on the man, I mean it so. Yes, I will. Man. End. Yes. Lauf doch am besten gleich in den Tod. So, damit ich die Zeit nicht wieder vergesse, habe ich natürlich jetzt so eingestellt, dass ich jetzt die Uhrzeit sehe. Niemand hat euch erlaubt, das zu machen. Yes. Ich meine so. Ja, wenn die halt darauf bestehen, das zu zerstören, dann können die's ruhig machen. Ich habe natürlich nichts dagegen. Ich habe natürlich nichts dagegen. Yes. Okay. Okay. Ready. What is your command? I'm going now. Commandment? I mean so. Ready? Yes. Ready. I'm going. Ready. dari Formula! Yes. Hier ist doch irgendwo noch was. Hier ist doch noch irgendwo ein Feind... Kann es sein, dass das hier ein Bug ist? Oder kann es ein... Oder kann man das machen? Dass er sich quasi tot... ...stellt. Ich glaube, der will mich nur ausspionieren. Ready, Forster. Heil, Forster. Heil, Forster. Ready, Forster. Yes, Forster. Heil, Forster. Heil, Forster. Heil, Forster. Heil, Forster. Heil, Forster. Heil, Forster. Ähm, den alten Spielstand zu überschreiben. Heil, Heil, Forster. Heil, Forster. Heil, Forster. auf den Nerven. Wenn er unbedingt sterben will, kann er gerne sterben. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt über der Hälfte von meiner Armee verloren habe. Nur weil die zu blöde sind zum Kämpfen. Noch langsamer geht es nicht, oder? Ihr wollt mich doch echt auf den Arm nehmen. Habe ich dir jemals einmal ihre Dorfbewohner angegriffen, außer mal hier, weil die mir hier im Weg waren? Oder mal kurzzeitig mal hier? Nein. Denn das ist eine Fallgeaktion. Könnt ihr nicht einfach mal normal zusammenlaufen? Wetten, es kommt gleich hier die scheiß Armee. Ob die 24 noch überleben wären, bin ich am Zweifeln. Recht. Können wir das Handy auch einmal anbleiben? Ja. Leute. Leute. Solltet einfach nur zusammenbleiben und nicht hier tausend Kilometer auseinander gehen. Ja. Ja. Soll ich. Ja. Okay. Oh. Ja. 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 Ach komm. Ich will. Fick dich. Sag mal, bist du Lebensmühle? Yes, Forster. Ich will. Forster. Yes, ich meine so. Wuchdar. Azebe. Aschut Wreith. Eh. Aschut. Brüchdar. Meier bricht. Yes. Ah. Wuchdar. Kommandament. Kommandament. Nein, ja. Aschut. Ach. 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 Um mich das nur noch zu erreichen zu können, müssen sie jetzt hier selber. Dings bauen. Come on. Yes, Sir. Yes, Sir. WM. Okay. Gut. Dann bedanke ich mich, dass sie zugesehen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt aufgenommen hat, während es gespeichert hat. Ich guck's mir noch bis zum dritten Level an. Wenn's immer noch so scheiße ist, was sie da gemacht haben, dann werde ich das wieder auf einfach spielen. Auf diesen Scheiß hab ich keinen Bock mehr. Es ist auf Mitte und es ist grad mal Level 2. Wenn's Level 8 ist oder so, ist es eine Sache, aber nicht Level 2. Besonders nicht, wenn's auf Mittel ist. Ich hätte vielleicht schon bei Level 4 oder Level 5 sein können. Aber naja. Dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.